Vorsicht steilen zwischen der Ort nach der Hälfte Lütze zuerst in den Läris Verst alles klar und hält und hält es wird so klar und müssen sie erhält Scheißlein wurde erst auf den Stein drauf okay ich bin okay Schwerkraft außer Kraft zu setzen können sie auf den Stein Prozent der Themen mit der Zauberkraft stillstehen lassen Fettung an auch das Kampen kommt aber jetzt früh ja das gerne ich habe immer so Blitze Ideen so und das geht ja wirklich der bleibt aber eher naja warten warten die gibt es nicht eher hinten so und so und so diese Belebungsteil okay weiter hinten ich such mal wenn nicht man eigentlich ist in die andere würde nach vorne von mir noch Gegner aus also okay da bin ich wieder das Vier lebt ja wieder es liebt immer noch er die Dinger kann man nicht töten da war so war genau deswegen jetzt hängen wir hier noch an ich glaube wir müssen da ein bisschen was rausschneiden schon verbringen man rechte Zeit Minuten hier ja ich bin drüben ich bin drüben ich fühle mich jetzt gerade saugut aber wir haben genommen Knochen nach Gegner Auer ich bin die Ah, ich bin tot ich komme schon hoch mein Gott das gibt es doch nicht oh man Hälscher okay also allein gegen vier das wird eher so ein Letzt fail oh schatz aber ich muss man halt die Parts danach gucken dann passt das das ist das ich bin tot ich hoffe zurück oh mein Gott fangen wir noch mal von vorne an wie er gestärkt ist okay gut ja ich lebe wieder hier gut anfangen wir zum ja wir hatten mal an Achtung nicht ob es den Unternehmen wir können auch einfach auf den auf den Stein springen dass der uns überbringt dann bei er weil es hat mich auch jetzt nene ich mach es lieber kompliziert so so wir haben es sterbe okay kein Problem kein Problem ich kriege das hier schiebte mich immer unter den Kisten hier ich schiebte jetzt alle runter und verwecken die da hinten sind noch Hilfe was wo okay die Kisten die haben die jetzt mal einfach blockiert die kommen da jetzt raus irgendwie okay sind glaube ich tot na dann sind sie jetzt tot da musst du mir so auch hier in Zukunft sie haben wir so sind so ein Achso du bist schon da aber ich bin da jetzt bist du gemacht er weil wir was jetzt bei vorne waren und wurde er noch zu beobachten so war es auch gut ja er hat dann wenn ich jetzt scherbe denn das ist alles normal machen nene nene wo sind so aus dem Schild vor und springen kann man das Ländisch übrigens machen okay wünsche mir Glück Moment, ich warte ab. So, warte ab, warte ab, warte ab. Und, da lebt ihr wieder. Ja, ich will leben. Jetzt, da, hey, ich lebe. Hier hoch, da oben ist noch ein, so. Okay, ich tu dich hoch. Ja, geht hoch. Na, da müssen wir ja später eh hoch. Da müssen wir hoch. Okay, das ist ja ein Hammer. Bei mir, bei dieser kommenden Franze noch mal. Hä? Da oben. Ja, genau. Muss ich blocken? Ach, ne, du musst es drücken. Ja, dann, wie komm ich da hoch? Ja, mit einer Kiste. Achso, klar. Achtung nicht, ja. Ja. Ich tötete die Pflanzen mit einer Kiste. Das geht nicht. Die kann man nicht töten. Aber jetzt nach oben. Du spackst da gerade irgendwo neben der Kiste bei mir rum. Nee. Ja, tut. Aber ich hab's. Okay, weiter. Na dann. So, erstmal hier kaputt. Wo wir das, wo wir das so. Au. Oh, nein. Oh, ja, gut. Okay, ja, gut, dann machen wir zweites. So, jetzt Kiste schräg, wir müssen über diese Pflanzen schräg. Schild schlägt. Ja, und jetzt noch ein Stück vor. Nein. Du musst zurückkommen, uns wiederbeleben. Alles klar. Geht das? Aber wir haben wieder einen Levelaufstieg. Yeah, jetzt gehen wir richtig schnell. So, Leute, auf ein neues. Diesmal ja nicht nett in die Pflanzen rein. Sondern ich. Gut. Ich bin ja, jeder kriegt. Dennis, jetzt kriegst du was Schönes. Einen Sturmhammer. Du kannst jetzt ein Hammer werfen. Warum bin ich tot? Warum bin ich tot? Weil ich tot bin, aber warum bin ich gestorben? Ich hatte mal ein Schild da gehabt. Okay, also jetzt machen wir einfach, ich gehe da auch nur. Ja, Schild, du mit Schild vor. Alles klar, jetzt ist eine Kiste. Jetzt da oben drüber eine Kiste zaubern. Hier und die hochhalten hier. So war es so. Na, ja genau. Und dann bist du vor. Alles klar. Ja, und wie komme ich dann los? Achso, und dann. Genau. Ja, ich bin tot. Weil der einfach, weil er die Kamera da oben gelenkt hat. Na, dann bin ich auch tot. Ja, oh mein Gott. Kann ich nichts machen, wenn der die Kamera nach oben zieht und ich muss der Mann Schild irgendwie aufrecht halten. Wen mal ein anspruchsvolles Spiel. Ja, auch schwer. Äh, wo wollt ihr hin? Aber ich brauche eine Kiste damit, weil da hoch oder hoch. Na dann. Geht dann auf. Und der Vorsicht. Okay. Du musst aber mitkommen. Na dann. Warte. So. Nein. Oh, fuck. Das Arsch. Äh, da bin ich weg. Komm, gib ihm. Ja, kann ich den eigentlich jetzt hochzaubern? Ja, toll. Jetzt kann ich ein Leiche. Wow. Das ist dann da hier. Da oben ist noch so ein, äh. Ja, kommt man da. Ja. Ja, okay. Genau. So. Und. Fast. Oh. Yeah. Ich bin tot, glaube ich mal. Ja, nee. Nee, noch nett. Der Stein muss da hin. So. Da gehst du von meinem Stein. Ölig. Ah, Goblin. Ja, klar, ich gehe mir immer wieder voll in die. Nee, ich. Ich will auf die Glas. So. Ziel und drücke dann, um hergezauberte Objekte zu löschen. Wie jetzt. Äh, äh. Die Blase zerplatzt übrigens an den Stacheln da oben. Ja, heißt du kannst da eigentlich eine Kiste hinmachen. Wo? Die Kiste da. Wo rein? Die Kiste an die Stacheln. Ich öffne meine Kiste. Ja, wenn es jetzt mal eine Kiste machen würde. Hallo? Ja, während dem Spring geht es, glaube ich. Wirst du sagen, wir gedichten doch irgendwie. So. Hast du es rein? Nein. Das ist schon noch. Nein, wir müssen. So. Aber jetzt kommt die Blase da, glaube ich, nicht vorbei, oder? Doch, doch. Aber jetzt kann ich auf die Blase und dann auf die Kiste springen. Okay. Ah, toll. Jetzt braucht man die Kiste, um da hochzukommen. Okay, wir machen eine neue. Achtung. So. Ja, Blase hier aus dem Weg. Also, ob alles weitergehe ich jetzt. Bäm. So. Hier, das Ding kann ich auch mal zertrümmern. Bäm. Bäm. Was für ein lustig aussehender Fels. Aber das ist eine Wiesenschnecke. Die Wiesenschnecke. Ich besteige die Schnecke. Äh, ja. Die Arbe-Schnecke. Äh, du gehst doch nicht die Arbe-Schnecke. Ja, die Kiste muss hier an und der Baumstamm dann da drüber. Kiste, woher? Äh, genau da. Und jetzt noch der Baumstamm, der da liegt. Ich kann jetzt helfen. Ah, ups. Ja, danke. Gut gemacht, denn ich wollte mal die Fähigkeit zeigen. So. Ne, das bringt nichts. Ja, ne, lass die Kiste da stehen. Ja, ich... Und dann hol dir den Baumstamm, der da. Ich würde sagen, mit dem Schild geht das vielleicht. Ja, hier, der Baumstamm hinterstellt. Ach, da ist ein Baumstamm. Der hier. Warte mal, mit dem kann ich mich gleich noch ein bisschen hochschweben lassen. Dann geht ruf. Ja, so. Oh, ich hänge fest mit dem Schild. So, und jetzt einfach auf die Kiste legen, genau. So passt das. Ja, sehr schön. Einfach gelöst. Ach, wunderbar. Brauchen wir kein Schild. Der Krieger ist nämlich total nutzlos. Ich gebe dir Gleis. Oh, die Schnecke wird dir wieder gegossen. Einen gesunden. Hier, Fun. Oh, ey, mein Hammer. Oh, mein Hammer. Äh, warte, warte, warte. Oh, ich hab schon gedacht. Ich bin froh, dass es die andere Dämonie schon eingeschlagen hat. Gegner. Ich bin weg. Gegner. Haben mit mir nichts zu tun. Ey, da oben ist was. Hier. Wie jemand auch mit Kiste zufällig. Ja. Moment. Ja, so. Geh mal was. Gut. Da oben ist irgendwas. Ich mach das schon. Ja. Ich hab's. Gut. Wo da oben ist schon wieder was. Ja. Drauf. Oder, ja, Blase wäre auch gegangen. Aber ich will nicht komplett nutzlos sein. Oh, da oben wäre noch. Ich dachte, es wäre schon alles Moment. Ah, Blase, geh weg. Gott. Ja. Oh, da oben wäre Adam goodbye. Sono navy."